Mal gucken, ob wir mit Junkwit jetzt irgendwas reißen können. Und danach noch ein Ava und Nova oder Nova Game. Eins von beiden. Und dann schießen wir den Laden für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Heute ist ein guter Tag und keiner will spielen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Mein Schirm loodert auf! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Klingen gehören euch. Solo-Laner Nummer 1. Oh, Imperius Main Tank. Okay. Das ist genauso wie wir beim letzten Mal Dragonshire hatten, dass ich aufpassen muss, dass wir den Teig wegbumsen. Der Teig ist... Oh, ne. Inducators. Ich muss zur Tat schreiten. Finde ich gescannt. Aber er kann es halt versuchen, ne. Oh Gott, ich und Carrie müssen die Damage machen. Glückwunsch. Wir haben kein Teig. Die haben das Schwierigste sagen. Wollen wir mal gucken. Aber das sieht nicht so geil aus. Ah ja, genau. Platinum Boys. Oh Mann ey, die spielen wieder zusammen. Ach ja. Dieses Match will gehen. Trap-Bild. Bomb-Bild ist auch nice hier. Man kann schon mal spielen gegen das Team. Irgendwelche Kontrahenten, nice. Das heißt, der wird viel auf Sidesok gehen. Renate-Bild. Kämpft. Kämpft zusammen. Ich mach'n kleinen Ausflug. Hahahaha. Das ist doch ein lauschiges Plätzchen. Jetzt geht's los. Hahahaha. Hahahaha. G振st das, einsach. W lasse Dach.... Früss. Wundervoll. ไco. I'm the one. Maiden-Manager. Armikan Trainer. Lir hizo, und chromich im Keller. Ihr haltet euch also für würdig, die Macht des Drachenritters zu besitzen? Beweist es und übernimmt die Kontrolle über die Schreie. Zwei Tod? Nice. Nehmt die Schreine ein. Erhaltet die Macht des Drachenritters und legt dieses verfluchte Königreich in Schutt und Asche. Klappe, Klappe, Reiter! Wenn er stirbt, dann schreit er! Such dir ein Talent aus. Oh. Das wird euch schein. Du bist gestorben. Ich umarme dich besser mal. Das ist ja unlucky. Das ist ja irgendwie auch ein komplettes Chaos. Oh, nice, dass er den da noch, dass ich den da vergessen bekomme, ey. Okay. Oh, Gott. Chaos. Oh, er hat's. Die Flammen werden euch holen. Oh, Gott, ich bin gleich. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja. Ja. Diese Macht gehört nicht länger uns. Du weißt schon, wir sehen uns nicht, aber nix. Glaube ich nicht. Mampf, mampf, mampf! Scheint aus. Haha, smart. Haha, smart. Oh, ja, smart. Okay. Mein geliebter Gemahl ist von uns gegangen, aber seine Macht lebt noch. Kontrolliert die Schreine und nutzt sie für eure Zwecke. Oh! Das ist so. Mein geliebter Gemahl ist von uns gegangen, aber seine Macht lebt noch. Nehmt die Schreine ein. Verdient euch die Macht des Drachenritters. Wir brauchen halt leider Level 10. Das ist halt echt pervers wieder mal. Oh crap. Das ist halt echt pervers. Nice. Schön ist die von Kerrigan. Oh crap. Wir haben gemeinsam ein Fuhr kaputt gemacht. Such dir ein Talent aus. Jetzt ist dein Blutrausch vorbei. Hat sie es noch bekommen? Ne, hat sie nicht. Er hat ihn hier nicht bekommen. Die Schreine erwachen erneut. Wer wird die uralte Machen des Drachenritters besitzen? Oh no. Unser Fuhr ist kaputt und tot. Lauf! Oh Gott. Achtung! Gut. Good Age! Gut. 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 ηνité. Gut. Gut. ich stehe euch zur seite ich komme mit die leiche da sieht lecker aus zwei tot drei gut ja blutrausch is this coming such dir ein talent aus die 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 Was ist der Tod? Gott für dich! Zwei, drei! um diese bestie ist nicht mein geliebter gemahl nicht mehr ja ich 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 Jetzt hast du mich nicht gemacht. Das war's für heute. Die Songs sind eigentlich ganz gut bisher. Wir haben gewonnen, jetzt sind wir Freunde für immer. Also nice, 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 so machen wir noch ein Game zum Abschluss. Also war cool mit Junkrat. Wir hatten echt viel Controls und mit den Stritches ganz gut funktioniert. Und die Alex war auch nicht sooo scheiße. Gute Carry-In. Sie hat echt gut gespielt, viele Stunts getroffen, auch wenn sie viermal gestorben ist und nicht so viel Schaden gemacht hat. Aber sie hat viele gute Concussion Mine Bombs für mich als Vorlage gegeben mit den Stunts. Oh nice. 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 Oh nice.